Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Heute, äh, man merkt, dass ich keine Ideen habe, denn, naja, heute gibt's ein Teste-Dich-Quiz, ja? Wir machen also heute das Quiz, welches Obst bist du? Frag nicht, ich bin einfach die Seiten durchgegangen und dann kam das. Du bist im Supermarkt und willst einen Apfel kaufen, aber eine Omi mit Rollstuhl nimmt sich den letzten Apfel. Was machst du? Ich akzeptiere es und nehme eine Birne. Ich kaufe woanders den Apfel. Guter Satzbau. Ich frage die Omi, ob ich das Apfel bekomme. Ich klaue mit den Apfel und den Rollstuhl von der Omi. Was anscheinend ein sehr ernstes Quiz ist, sollte man auch ernst antworten und deshalb klaue mit den Apfel und den Rollstuhl von der Omi nämlich. Ich glaube, das passt am besten zu mir. Frage 2. Du gehst vom Einkaufen heim und bemerkst, dass du die Bananen vergessen hast. Oh nein. Ich fahre mit meinem Rollstuhl und hole mir Bananen. Warum? Warum habe ich denn jetzt auf einmal einen Rollstuhl? Ah, weil ich den der Omi geklaut habe. Okay, okay. Ich fahre mit meinem Rollstuhl und hole mir Bananen. Ich schicke jemanden zum Bananenholen. Dann habe ich eben keine Bananen. Natürlich, Leute, auf der ganz faulen Basis. Ich schicke jemanden zum Bananenholen. Frage 3. Du wirst von einem Dieb überfallen, dass deine Erdbeeren klauen will. Dass deine Erdbeeren klauen will. Okay. Antwortmöglichkeit A. Ich gebe ihm die Erdbeeren und besorge mir neue. Ich lasse mich erschießen. Daily. Ich fahre ihn mit meinem Rollstuhl um. Also Leute. Das Ding ist, ich habe kein Geld. Das heißt, neue Besorgen geht schon mal gar nicht. Und ihm meine Erdbeeren geben möchte ich auch gar nicht. Deshalb fällt das raus. Ich lasse mich erschießen. Naja, dann könnte ich ja keine Erdbeeren mehr essen. Also ich würde, ja, ich fahre ihn mit einem Rollstuhl um. Frage 4. Du kommst nach einem langen Tag heim und hast dich total auf deine Pflaumen gefreut. Aber du merkst, dass sie leer sind. Antwortmöglichkeit A. Ich fahre den Typen, der die Pflaumen gegessen hat, mit meinem Rollstuhl um. Wahrscheinlich kommt random jemand in meine Wohnung und frisst meine Pflaumen. Ich bin tot. Einfach so, oh, keine Pflaumen mehr. Ja, ne, tschüss, Digga. Ich weine. Oder ich nehme mir eben Birnen. Ich glaube, ich weine. Ich würde einfach losheulen. Nummer 5. Du bist in der Schule. Es ist große Pause und jemand klaut dir dein Pausenbrot. In Klammern Trauben. Antwortmöglichkeit A. Ich gehe zum Direktor. Ich hole meine andere Brotdose mit Birnen raus. C. Wie gesagt, ich bin tot. Ich fahre den mit meinem Rollstuhl. Wahrscheinlich habe ich den einfach mal parat mit in der Schule, oder? Digga, dieser Rollstuhl, das war ja die beste Entscheidung, den zu klauen, Alter. Der ist ja in so vielen Möglichkeiten hilfreich. Das Ding ist, wir haben schon jemanden mit dem Rollstuhl überfahren. Und deshalb haben wir schon eine Anzeige am Hals. Deshalb, ich glaube, es geht nicht nochmal. Tod sein wäre, wie gesagt, auch doof, weil ich habe noch viel Obst daheim. Die Brotdose mit Birnen, weiß nicht. Ich glaube, ich würde einfach zum Direktor gehen. Am besten, der Direktor gibt es dann einfach gleich der Polizei weiter. Nummer 6. Du siehst in den Nachrichten bei einem Raubüberfall einen Dieb im Rollstuhl. Was denkst, slash sagst du? Die haben mich aber in einem total schlechten Winkel aufgenommen. Oha, wie? Was ist? Ich habe dich beim Klauen nicht gehört. Ich bin tot. Na, man hätte mich von einer besseren Perspektive aufnehmen können. Siebten. Was davon ist dein Lieblingsobst? Apfel, Birne, Brot. Brot. Banane, Pflaume. Äh, Banana. Im Bus nervt dich ein kleines Grundschulkind und spuckt dich an. Man kennt es, Alter, Daily. Antwortmöglichkeit A. Ich sage es dem Busfahrer. Ich überfahre es mit meinem Rollstuhl. Junge, was hat dieses Quiz mit dem fucking Rollstuhl? Ich schlage es. Natürlich. Ich bin immer noch tot. Also entweder ich überfahre es einfach mit meinem Rollstuhl oder ich schlage es. Das Ding ist, wenn ich es mit dem Rollstuhl überfahre, dann hat das Kind so bestimmte Schrammen, wo man erkennen kann, okay, das Kind wurde mit dem Rollstuhl überfahren. Und schlagen, das kann halt jeder. Deshalb, das wäre nicht nachverfolgbar, dass ich das gewesen wäre. Also natürlich, das könnten die 40 anderen Personen im Bus gesehen haben, aber das haben sie nicht. Die haben alle weggeguckt. Deshalb schlage ich es. Denn Crush gesteht dir, dass er dich mag. Sogar sehr. Er. Okay. Wir fahren gemeinsam auf meinem Rollstuhl. Ich bin tot. Ich küsse ihn. Wir essen gemeinsam Birnen. Also ich fände es sehr schön, wenn ich mal eine nicht strafbare Tätigkeit mit meinem Rollstuhl ausführen würde. Und deshalb wähle ich, wir fahren gemeinsam auf meinen Rollstuhl. Oh mein Gott. Frage 10. Du hast eine neue Obstsorte gezüchtet. Wie nennst du sie? Rollstuhlprikose. Coronapfel. Heifland. Birne. Ich bin tot, verdammt. Das Ding ist, wenn Koroni irgendwann mal weg ist, käme das nicht so gut. Aber Rollstuhlprikose, das ist ein Name, der prägt sich bei den Leuten ein. Deshalb gehe ich ganz bewusst mit der Rollstuhlprikose. Und jetzt, die Auswertung. Die Fragen haben null auf irgendwas hingedeutet. So, welches Obst bist du? Was soll da jetzt rauskommen? Koketter Pfirsich. Du bist ein Pfirsich. Du bist romantisch und hast Sinn für Humor. Kein Obst ist vor dir sicher. Und ja Leute, das war es von diesem Video. Ich weiß nicht, was das für ein Video war. Aber immerhin war es eins. Aber ja Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. YouTuber Move. Was war es da schon wieder für ein Video? tresu- ... ... ... ...